Wenn an einem ruhigen Abend draußen am Strand plötzlich aus dem Nichts deine Ex-Freundin auftaucht mit einer Geschichte über ihren neuen Freund, einen Milliardär und Baulöwen und dessen Frau und deren Freund und von einem Plan erzählt, den Milliardär zu kidnappen und in die Klapse zu stecken Ich brauch deine Hilfe, Doc Dann solltest du vielleicht lieber wegsehen Aber bist du Doc, dann könntest du ab da anfangen ein bisschen sonderbar zu werden Michael Z. Wolfman Mickey Wolfman Mickey Wolfman Ist verschwunden Wo könnte ich ihn finden? Er ist eigentlich Jude, aber er möchte ein Nazi sein Und ein Mädchen möchte nicht unbedingt Schwierigkeiten mit diesen Leuten haben? Könnte ich mir ein Foto ausbauen? Wow! Naja, vielleicht bist du mit den Nazis besser dran Wow! Alles in Ordnung? Bei mir? Bei dir? Für gewöhnlich stellen wir hier die Fragen Und deine Frage ist, auf welcher Seite ich bin? Gute Frage Was für Antwort Jouto! Kenichiro! Dozo! Motto! Panakeku! Motto! Panakeku! Motto! Panakeku! Hai! 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 Kai Hai! Hai! Tucker Is vielleicht kein guter, aber er hat gutes getan Viel Glück, Doc!